Was geht ab, meine Ringlife Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, in den letzten Wochen hat sich einiges in der aktuellen Schwergewichtsbox-Szene getan und Tyson Fury hat nach seinem erneuten Knockout-Sieg gegen D.O.T. Wilder bewiesen, dass er aktuell höchstwahrscheinlich der beste Schwergewichtsboxer da draußen ist. Immer wieder habe ich dann in meinen Kommentaren allerdings gelesen, dass Mike Tyson den heutigen Tyson Fury innerhalb von nur wenigen Runden komplett zerstören würde. Und dann habe ich mir genau diese Frage mal selbst gestellt. Wie wäre wohl der Kampf zwischen einem jetzigen Tyson Fury und einem jungen Mike Tyson in seiner Prime ausgegangen? Die letzten Tage habe ich mich also jetzt hier hingesetzt, habe sehr viele Kämpfe dieser beiden angeschaut und das Ganze analysiert und im heutigen Video will ich euch mal verraten, was ich denke, wie ein Kampf zwischen einem Mike Tyson und einem Tyson Fury ausgegangen wäre. Aber Freunde, ihr wisst, bevor wir zu meiner Analyse kommen, gibt es an erster Stelle wie immer erst einmal 5 Sekunden Werbung. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet bei Mike von Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt immer in die Videobeschreibung, dort gibt es einen saftigen Rabattcode. Ich glaube, Mike Tyson muss wirklich niemanden auf dieser Welt vorgestellt werden. Kaum ein anderer Boxer hat wie er das Publikum angezogen und die Leute mitten in der Nacht aus dem Schlaf geholt, nur um seine Gegner dann innerhalb von wenigen Minuten windelweich zu prügeln. Bis heute ist er das Vorbild für Millionen von Nachwuchsboxern und bleibt bis ans Ende der Zeit eine absolute Legende in diesem Sport. Tyson Fury hingegen ist jetzt erst dabei, sich einen Namen für die Ewigkeit zu machen. Eingefleischte Boxfans waren schon lange der Meinung, dass Tyson Fury ein außergewöhnlicher Boxer war und jetzt, besonders nach seinen zwei Knockout-Siegen gegen Deontay Wilder, fangen auch immer mehr Hobbyfans an, seine Qualitäten zu erkennen. Wenn wir rausfinden möchten, wer diesen Kampf gewinnen würde, müssen wir uns wieder einige Dinge etwas genauer anschauen und hier steigen wir direkt mal wieder bei Mike Tyson ein. Mike Tyson musste aufgrund seiner relativ geringen Körpergröße von nur 1,78 Meter im Schwergewicht und seiner relativ kurzen Reichweite von nur knapp 1,80 Meter immer rein in den Mann, um seine Aktionen zu finden. Durch schnelle Might-Bewegungen und gute Beinarbeit schaffte er es meistens, die Distanz zum Gegner zu überbrücken und sobald er das tat, wurde der Gegner mit harten Körper-Kopf-Kombinationen beworfen. Viele seiner Gegner waren meistens so überfordert, dass sie irgendwann eine Lücke öffneten und Tyson dadurch seine Treffer finden und seine Gegner auslocken konnte. Doch es gab auch eine ganz, ganz große Schwachstelle in dem Kampfstil von Mike Tyson. Und zwar dadurch, dass er immer wieder rein in den Mann gehen musste, um die Gegner im Nahkampf zu bearbeiten, lief er auch immer Gefahr, dass die Gegner ihn umklammerten und sich auf ihn drauf lehnten. Außerdem hatte Tyson auch immer wieder ein bisschen Schwierigkeiten mit Boxern, die einen guten Jab hatten und eine gute Beinarbeit, da sie ihn dadurch auch immer wieder auf Distanz halten konnten. Zusätzlich hatten sehr viele Gegner von Tyson auch immer einen direkten Nachteil. Und zwar waren sie vor dem Kampf schon so eingeschüchtert vor der Schlagkraft von Tyson, dass sie im Kampf niemals richtig performen konnten. Die Gegner, die allerdings eben nicht von Tyson so eingeschüchtert waren, entdeckten in einigen Kämpfen immer mehr Schwachstellen. Und zwar, dass Tyson gut ausgeboxt werden konnte, wenn man eine gute Beinarbeit hatte. Und dass Mike Tyson, ähnlich wie Deontay Wilder, wie man ihn schon im Kampf gegen Fury gesehen hat, nicht gut rückwärts boxen konnte. Wenn man ihn unter Druck gesetzt hat und ihn nach hinten gedrückt hat, konnte er nicht mehr so gefährlich nach vorne kommen und harte Treffer an den Mann bringen. Tyson Fury's Kampfstil ist ebenfalls auf seine Körpergröße ausgelegt. Allerdings nutzt er seine riesigen Arme, seine unglaublich große Reichweite von 2,16 m dafür, um seine Gegner auf Distanz zu halten, sie dadurch immer wieder zu stören und zwischendurch kommt er dann mit guten rechten Händen durch die Mitte durch. Allerdings hat Fury, ähnlich wie Mike, eine Eigenschaft, die für ihn gleichzeitig sein größter Vorteil, aber auch zeitgleich sein größter Nachteil ist. Und genau das hat sogar sein eigener Trainer zugegeben. Denn Tyson Fury ist so überzeugt von sich selbst und absolut der Meinung, dass er der beste Schwergewichtsboxer aller Zeiten ist, dass es ihm im Kampf zwar einen mentalen Vorsprung den meisten Gegnern gegenüber bringt, allerdings hat es auch einen Nachteil. Denn er läuft dadurch Gefahr, seine Gegner oft zu unterschätzen und sie gar nicht richtig für voll zu nehmen, dass er ab und zu einige Fehler macht, die viele seiner Gegner mal ausnutzen können. In meiner Analyse zu den beiden habe ich mir ein paar Kämpfe angeschaut und einige dieser Kämpfe möchte ich euch hier ein bisschen genauer zeigen, denn die spielen eine sehr große Rolle in dieser Analyse. Mike hatte seine besten Zeiten damals zwischen 1986 und 1988. Das war kurz nach dem Versterben seines Mentors Kassi Yamato und als er noch seinen Trainer Kevin Rooney in seiner Ecke hatte. Danach ging es mit ihm steil bergab und diese Kämpfe, alles was danach kam, will ich jetzt gar nicht so sehr in diese Analyse mit reinnehmen, denn wir wissen, das war schon gar nicht mehr der richtige Mike Tyson. In diesen zwei Jahren, zwischen 1986 und 1988, hatte er allerdings sechs Gegner, die besonders interessant waren und zu denen will ich euch jetzt hier ein paar Sachen zeigen. Das war James Tillis, Mitch Green, James Smith, Tony Tucker, Tyrell Biggs und Larry Holmes. Damit das Video jetzt nicht zu lange wird, gehe ich nur ganz kurz auf vier dieser Boxer ein. Der erfahrene James Tillis, 1,85 Meter groß, knapp 100 Kilogramm schwer, war der erste, der Tyson mal richtig Gegendruck gab und seine gute Beinarbeit und den Jab nutzte, um Tyson auf Distanz zu halten und wenn Mike doch mal näher kam, wurde er oft in den Clinch verwickelt und dadurch gebremst. Ab der siebten Runde sah man dann deutlich, dass die Strategie von Tillis funktionierte und Tyson begann langsamer zu werden. Sein Head-Movement war nicht mehr da und er lief immer öfter mit hoher Doppeldeckung auf Tillis zu und gab ihm dadurch die Möglichkeit, seine Hände an den Mann zu bringen. Genauso ging es dann in der achten, neunten und zehnten Runde weiter. Tillis wurde von Runde zu Runde besser und schaffte es als erster Boxer, die komplette Distanz gegen Tyson zu gehen. Auch in seinem nächsten Kampf hatte Tyson einen Gegner, den er weder einschüchtern noch ausknocken konnte. Und zwar war das Mitch Green. 1,96 Meter groß, 106 Kilogramm schwer. Egal wie hart er ihn traf, Green kam sofort mit einer Abfolge von blitzschnellen Händen zurück und war absolut nicht eingeschüchtert. In der achten Runde, als Tyson langsamer wurde, kam Green plötzlich und explodierte mit mehreren Schlägen. Zum ersten Mal sah man Tyson möglicherweise etwas angeschlagen. Der junge Tyrell Biggs zeigte deutlich, wer sein Idol war und bewegte sich mit der typischen Mohammed-Ali-Beinarbeit durch den Ring, hielt Tyson auf Distanz und versuchte, ihn auszuboxen. Tyrell Biggs konnte zu Beginn des Kampfes, als er nach der vorgegebenen Strategie boxste, sehr gut mit Tyson umgehen. Doch in der siebten Runde übernahm sein Ego, er vernachlässigte seine Beinarbeit und versuchte zu sehr mit Tyson mitzukämpfen, anstatt ihn auszuboxen und so wurde er mit einem harten Treffer erwischt und ausgenockt. Ähnlich verlief der Kampf gegen Boxlegende Larry Holmes. Holmes war 39 Jahre alt, war zwei Jahre bereits inaktiv und hatte nur sechs Wochen Vorbereitungszeit auf diesen Kampf. Die ersten drei Runden zeigte Holmes den perfekten Gameplan gegen Tyson. Beweglich bleiben, Mike immer wieder klammern, wenn er zu nahe kommt und aus der Distanz heraus mit dem Jeb aktiv bleiben. Als Holmes in der vierten Runde unvorsichtig wurde, erwischte ihn Tyson direkt mit zwei harten Treffern und schickte ihn auf die Bretter. Wie man anhand dieser Beispiele sehen konnte, gab es durchaus einige Boxer in der Vergangenheit in der besten Zeit von Mike Tyson, die gezeigt haben, dass es einen Weg gibt, um Mike Tyson zu besiegen. Keiner von ihnen schaffte es, aber sie zeigten, wie es möglich wäre. Und hierbei muss ganz deutlich gesagt werden, keiner dieser Leute hat so gut geboxt wie Tyson Fury oder hatte auch nur ansatzweise die körperlichen Voraussetzungen dafür. Tyrell Biggs hat einen ähnlichen Kampfstil gehabt wie Tyson Fury. Larry Holmes hat einen ähnlichen Boxstil wie Tyson Fury. Und man muss man ehrlich sagen, Larry Holmes war schon weit über seine Zeit hinaus. Larry Holmes einige Jahre zuvor hätte Tyson noch viel, viel mehr Schwierigkeiten machen können. Die größten Gegner damals von Mike zu seiner besten Zeit waren alle so ungefähr 1,96 Meter groß und vielleicht 106 Kilogramm schwer. Im Vergleich zu Fury ist das allerdings immer noch klein. Denn Fury wird offiziell als 2,06 Meter betitelt. Höchstwahrscheinlich ist er aber, wenn man das genauer nimmt, wahrscheinlich so ungefähr seine 2,04 Meter, vielleicht 2,03 Meter. Aber er hat im letzten Kampf über 225 Kilogramm Körpergewicht auf die Waage gebracht. Tyson hatte noch nie einen so großen und so schweren Boxervorsicht. Und zu all dem kommt noch dazu seine 2,16 Meter Reichweite, was eh schon unglaublich ist, seine Beweglichkeit, seine Kondition, die wahrscheinlich noch besser ist als die Kondition von allen, die wir gerade in den Clips gesehen haben und dass er mindestens genauso gut harte Schläge wegstecken kann wie die Jungs, die wir gerade gesehen haben. Fury wurde in seiner gesamten Karriere nur von drei Leuten runtergeschickt. Das war einmal 2011 von Naven Pajkic, 2013 von Steve Cunningham wurde er in der zweiten Runde von einer krachenden Rechten erwischt und ging kurz zu Boden und dann nur noch von Deontay Wilder. Hierbei muss gesagt werden, dass Deontay Wilder höchstwahrscheinlich und da sind die meisten Experten sich auch einig, den härtesten einzelnen Schlag in der Geschichte des Schwergewichtsboxen hat. Keiner hat zuvor, so wie er es geschafft hat, die Leute mit einem einzelnen Schlag so auf die Bretter geschickt. Und dennoch konnte Tyson Fury mehrere von diesen Händen nehmen, wurde zwar ein, zwei Mal runtergeschickt, aber er hat es dennoch geschafft, sich von diesen Schlägen zu erholen. Das zeigt einfach, was für Nehmerqualitäten er hat. Nachdem wir uns jetzt hier ein ganz kurzes Bild von den beiden gemacht haben, sage ich euch, was ich denke, wer diesen Kampf auf welche Art und Weise gewinnen würde. Und ich sage euch das als einer der größten Tyson-Fans, die ihr wahrscheinlich jemals finden werdet. Ich habe mir damals stundenlang seine Videos nach meinem Training angeschaut, um zu lernen, wie man gegen größere Boxer gewinnen kann. Aber ich sage euch ganz ehrlich, in diesem Kampf, in diesem Matchup wäre Tyson Fury mein Favorit. Ich glaube, wenn beide zehn Mal gegeneinander kämpfen würden, dann würde Tyson Fury sieben Mal als Sieger aus diesem Kampf hervortreten. Freunde, ich weiß, ihr macht euch gerade alle bereit, dazu mich in den Kommentaren zu beleidigen, mich zu canceln, zu deabonnieren und das alles. Aber wartet ab, ich erkläre euch ganz genau, warum ich so denke. Tyson Fury müsste nur so kämpfen, wie es Lennox Lewis damals gegen Mike gemacht hat. Einfach richtig dreckig und hässlich. Jedes Mal, wenn Mike reinkommt, einfach umklammern und das ganze Gewicht auf ihn drauflehnen, zwischendurch beweglich bleiben und mit dem Jab immer wieder ein bisschen arbeiten. Ich habe euch schon vorhin gesagt, dass das die größte Schwachstelle im Kampfstil von Tyson ist, dass er immer rein in den Mann muss und dann Gefahr läuft, umklammert zu werden und dass sich die größeren Gegner, die schwereren Gegner immer auf ihn drauflehnen. Im Kampf gegen Lennox Lewis wurde Mike durch diese Strategie so müde, dass er ab der zweiten Hälfte des Kampfes keine Kraft mehr in den Beinen hatte und so wurde er immer wieder von den harten Händen von Lennox Lewis getroffen und ging dann am Ende K.O. Natürlich war das schon lange nicht mehr der topfitte Mike Tyson. Wir wissen es alle. Der war da im Knast, der hatte seine Trainer nicht mehr alle bei sich, aber diese Strategie hat, wie wir es schon vorhin gesehen haben, auch zwischen 86 und 88 gegen ihn funktioniert. Beweglich bleiben und immer klammern, wenn er reinkommt. Lennox war bis dahin, glaube ich, der größte und schwerste Gegner, den Tyson hatte mit 1,96m und ungefähr 112kg. Er ist aber immer noch kleiner als Fury und er ist nochmal ungefähr 13-14kg leichter als Fury. Damit hätte Fury es noch leichter, sich auf Tyson draufzulehnen und sein ganzes Körpergewicht auf seine Beine zu packen. Mike wäre besonders in den ersten vier, vielleicht sogar noch fünf Runden in dem Kampf extrem gefährlich. Solange er noch beweglich auf den Beinen, spritzig und explosiv ist, könnte er Tyson Fury immer wieder mit einer harten Bombe treffen, wenn er da den Eingang findet und ich bin auch der Meinung, dass er Fury auch runterstecken könnte mit Leichtigkeit. Aber wir haben gesehen, dass Fury dennoch in der Lage ist, sehr, sehr viele harte Schläge einzustecken. Tyson war ein extrem guter Finisher, wenn er jemanden angeschlagen hatte, dann ist er rein in den Kill gegangen und ich glaube auch, dass Tyson, wie gesagt, von zehn Kämpfen drei vorzeitig gewinnen würde. Aber, sollte Fury in den restlichen Kämpfen diese ersten vier bis fünf Runden überstehen und nach der Strategiebox nicht zu überheblich, nicht zu arrogant werden, immer wieder Tyson umklammern, seine Arme müde machen, immer wieder auf ihn drauflehnen, seine Beine müde machen, bis er es nicht mehr schafft, sich beweglich durch den Ring zu bewegen, so explosiv zu sein, um ihn eine Gefahr zu stellen, dann glaube ich, dass Tyson Fury von Runde zu Runde den Kampf übernehmen würde und je tiefer wir in den Kampf gehen, zehnte Runde, elfte Runde, dann glaube ich, dass die Beine von Tyson, von Mike Tyson, mittlerweile so müde wären, davon das Gewicht von Tyson Fury zu tragen, dass er sich selbst kaum noch auf den Beinen halten kann und dann würde Tyson Fury mit Druck reingehen, einige harte Treffer landen und mit knapp 30 Kilogramm mehr Körpergewicht würden diese Treffer auch satt kommen, wir haben das im Kampf gegen Deontay Wilder schon gesehen, da kommt schon ganz gut was an, wenn er mal drauf schlägt und ich glaube, so zehnte, elfte Runde, wenn die Beine von Mike einfach nicht mehr da sind, würde er ihn ein paar Mal hart erwischen, Mike verliert das Gleichgewicht, geht runter und schafft es vor Erschöpfung nicht mehr rechtzeitig aufzustehen und wird ausgezählt. Es ist nicht so, dass ich sage, Tyson gewinnt überhaupt nicht, wie gesagt, also ich bin mir sicher, er könnte den Kampf auch gewinnen, solange er in den ersten vier Runden noch fit ist und reingeht und explosiv seine Aktionen findet, aber ich glaube, dass im Großen und Ganzen die Kombination des Tyson Fury aus Körpergröße, Gewicht, Reichweite, Beweglichkeit, Technik, einfach verdammt schwer zu besiegen wäre. Ich weiß, Tyson Fury hat in vergangenen Kämpfen einige schlechtere Performances gezeigt, aber meiner Meinung nach ist er erst mit den letzten zwei Kämpfen gegen Deontay Wilder in seiner Prime angekommen und das seit er seinen neuen Trainer Sugarhill Stewart hat, der nochmal das letzte Stück aus ihm rausgeholt hat. Von Mike Tyson haben wir noch nie seine richtige Prime gesehen und das muss man auch ehrlich sagen. Wir haben von Tyson nur seine beste Zeit zwischen 86 und 88 gesehen, da war er aber so zwischen 20 und 22, 23 Jahren alt und wir wissen alle, dass ein Schwergewichtsboxer sich erst im Laufe der Jahre entwickelt und die erreichten ihre Spitze erst so zwischen 30 und 35 Jahren. Von Mike haben wir also noch nie gesehen, wie gut er tatsächlich hätte werden können, wenn er noch weiterhin die richtige Führung behalten hätte mit seinen richtigen Trainern. Ja Freunde, das war es jetzt mit meiner Analyse zu diesem Fantasy Matchup. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Matchup rein, ich will es unbedingt lesen und Freunde, wenn euch dieses Format gefallen hat, wer würde gewinnen mit diesen Fantasy Matchups, schreibt mir auf jeden Fall auch einen Kommentar mit einem Fantasy Matchup, das ihr von mir analysiert haben möchtet und möglicherweise wird es dann demnächst dazu ein Video geben, wo ich dann drüber rede. Ja Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe das Video hat euch gefallen, wenn es so war, Daumen hoch, Kommentar hinterlassen für den Algorithmus. Wir sind auf dem Weg zu 300.000 Abonnenten, wäre korrekt, wenn wir dieses Ziel dieses Jahr noch knacken, wenn nicht ist es nicht so schlimm. Ja, danke fürs Zusehen, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde, bis dahin bleibt gesund, pass da laufe ich auf